Die Witcher 3 Community geht auf die Barrikaden, weil Mod-Tools veröffentlicht worden sind. Für Ark Survival Evolved gibt es einen Hunger Games Modus und es wird kein Wiedersehen mit alten Bekannten in Mass Effect Andromeda geben. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Die Witcher 3 Community ist erzürnt und der Grund ist, dass ein Mod-Tool veröffentlicht worden ist. Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber relativ einfach zu erklären, denn die Fans hatten sich da ein deutlich umfangreicheres Mod-Tool erhofft als das, was jetzt als The Witcher 3 Mod-Kit veröffentlicht worden ist. Einige Fans hatten deswegen auch bei CD Projekt Red gefragt, ob man denn da noch auf mehr hoffen darf als dieses Programm, mit dem man zwar einige Sachen verändern kann, aber eben doch nicht alles. Die Antwort von CD Projekt Red auf Twitter ist hier, nö, das ist erstmal alles, was wir an Mod-Support geplant haben. Die Fans sind deswegen sauer, weil etwa für The Witcher 2 es das umfangreiche Red-Kit gab, mit der man sehr viel mehr umbauen konnte und das wird es aber jetzt nicht geben. Und das nimmt die Community sehr gelassen, vor allem weil auch Marcin Iwinski von CD Projekt Red im Januar 2014 gegenüber der Webseite IGN bereits wörtlich bestätigt hat, dass es ein Red-Kit geben soll. Gibt es jetzt aber wohl nicht. Survival of the Fittest Survival of the Fittest heißt ein neuer Spielmodus für Ark und der erinnert an die ganzen Teenager schlachten sich gegenseitig in einer Arena ab Filme wie Hunger Games oder Battle Royale. Das ganze Ding funktioniert auch ähnlich, es treten unter einer Energiekuppel Spieler im Modus jeder gegen jeden an. Die Besonderheit ist, diese Energiekuppel wird immer kleiner, das heißt die Leute werden immer mehr gezwungen, direkt aufeinander loszugehen und alle 30 Minuten gibt es einen besonderen Event. Zum Beispiel, dass es da besondere Wetterbedingungen gibt, eine Dinosaurier-Horde oder dass sich Peter mal wieder in Gefahr bringt. Peter, nein! Zweifel of the Fittest kann man ab sofort über den Steam Workshop kostenlos herunterladen. Mass Effect Andromeda, das vierte Spiel der Mass Effect Reihe, wird keine bekannten Charaktere aus Mass Effect 1 bis 3 zurückbringen. Das hat Chris Wynn, der Chefentwickler, auf die Anfrage eines Fans auf Twitter geantwortet. Er erklärt das Ganze so, dass das von der Story her keinen Sinn ergeben würde, da ja die bisherigen Mass Effect Spiele in der Milchstraße gespielt haben, das neue aber im namensgebenden Andromeda-Nebel. Das heißt, die können da eigentlich gar nicht sein. Einen alten Bekannten aus Mass Effect 3 wird es dann aber doch geben, nämlich das Kampfsystem. Das wird nämlich für Mass Effect Andromeda fast unverändert wieder übernommen. Wie sich das Ganze vielleicht doch verändert hat, finden wir erst recht spät raus. Mass Effect Andromeda kommt nämlich erst Ende 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Ganz so lange müsst ihr nicht auf uns warten. Uns gibt es nämlich morgen schon wieder mit der nächsten Ausgabe der News. Würde mich freuen, wenn ihr dazu wieder einschaltet. Bis dahin, weiterspielen!